hallo leute und herzlich willkommen bei einer neuen folge von minecraft skywars auf dem gom rd.net server mit dabei ist der stefan ja wir haben jetzt extra schon ja schon etwas länger nicht aufgenommen ich habe in letzter zeit sehr viel vor produziert und deswegen kann man halt so viele clash city videos ja was ist momentan mit clash city so los können wir kurz ansprechen und zwar leute der server ist momentan glaube ich offen das projekt geht momentan eher nicht weiter wird auch noch ein bisschen dauern bis das wieder weitergeht anscheinend oder es geht gar nicht weiter ich weiß es jetzt nicht genau auf jeden fall ich weiß nicht hoffe wir machen das projekt ein bisschen weiter bald und ja also ich hoffe ich hoffe dass dann bald wieder videos von clash city kommen werden und das eigentlich hier warst du schon wo anwarten wo ich einfach rüber die sind schon tot ich habe gar nicht so viele ich habe gar nicht so viele blöcke das ist das blöde nicht so weit wie du kannst halt habe ich schon wartet hier und sie kann ich noch nehmen macht eigentlich keinen sinn aber ist ja wurst warte warte ich komme schon ja ich komme schon was war ich gibt ein paar blöcke ja dann erzähle ich mal das was bei mir gerade so ja dann steht wann ladest du das video heute dann fahre ich morgen samstag war ich in den urlaub nice das wird wird echt nice ja ja stefan fährt ihnen urlaub morgen und ich werde auf jeden fall heute noch ein stream machen oh jana ist off ich habe noch ein bisschen geschrieben gerade noch also ich bin momentan so leute momentan ich suche gerade ein lied auf youtube von einem youtuber aus den aber ich habe das so viel gesucht gerade ich habe glaube ich ein bis zwei stunden gerade gesucht und das lied nicht gefunden das ist echt blöd also ich kann das video mal das ist ein video von einem clash of clans youtuber und zwar lichtle kennst du vielleicht oder weiß ich weiß ich nicht ob du ihn kennst aber der hat relativ viele abonnenten und deswegen hat er hat irgend so ein lied genommen was ich halt wirklich cool finde das würde ich selber gern benutzen aber ich weiß leider echt nicht wie das heißt das wäre so geil wenn ich das wissen würde dann könnte ich das benutzen und ich suche auch kann das werde ich im moment wenn du weg bist dann suchen das mache ich dann für dich einfach passt was hast du oder willst du wirst du wasser im einmal mit ihm machen nee mach du soll ich machen ja okay dann geh du aber zurück und somit ob die ferner auf mich ja okay ist wurscht wenn ich sterbe mlg überlebt hast du wasser einmal ne habt der koppel mlg leute perfekter titel auf jeden fall aufpassen dass hier keiner kommt das bin ich auf jeden fall was ich heute so gemacht habe und zwar ja ist ja heute freitag leute wir haben also ich auf jeden fall leute wenn was ich noch sagen wollte heute abend gibt es noch wieder einen live stream leute freut euch schon mal darauf einen live stream heute ich weiß noch nicht wann ich denke mal 20 21 uhr irgendwann so werde ich dann anfangen das werde ich aber dann alter nicht dein ernst ich habe im wasser einmal zum glück kein trolling hier alter ja doch wir können die runde gewinnen das ist nice wir können das schaffen die anderen sind alle nur mehr zu alleine ich wollte schon zu zweit sagen aber ich bin ja so zu fünft wisst ihr leute ne spaß hat an dass ich mit ambos sehr hoch gesteckt am besten ja ich weiß nicht wie das heißt wenn wenn es mehrere sind leute schreibt mal in die kommentare wie man die mehrzahl von kack von dem kaktus kack stehen kack stehen leute kack den sagt das doch nicht man ja ist doch egal dass das weiß ja nur das weiß eh schon jeder das weiß eh jeder glauben wir in der klasse sagen so viele kaktusse das sagt man eine kaktusse nein spaß eine kaktusse ja ja sind sie ja sind hier wahrscheinlich ja oh mein gott genau in spinnen jetzt eingesprungen ist das die mitte genau hier ist möglich ist das die mitte mal wieder da ja man spürt es ja wir nehmen gerade auf ja gut ja gut habe ich gesagt wir sind gerade am aufnehmen der moritz wir können ja auch mal eine runde dann später aufnehmen noch mal schauen wir müssen echt und wie das machen aber wir machen heute eh so und so noch ich mache heute abend noch ein live stream da kommt er da kommt wahrscheinlich du hast leistungen geschafft ich schaff bottle fahrt alle ich bin tot ich habe den kick bekommen ja wo bist du bist du hatte schneebelangst der loll ich habe den kill bekommen ich habe den runtergeschlagen und er hat mich runtergeschlagen alles klar das war klar gut das ding ist jetzt ich bin und mein internet ist wieder scheiße also ich weiß nicht momentan ist mein internet heute echt schlecht also ich habe gerade früher ein speed das gemacht wie viel hatte ich fünf mbit und ich konnte nicht mal ein video in 1080p schauen heute ist mein internet irgendwie total schlecht geht eigentlich wieder besser wie hast du sonst keine ahnung 20 20 30 40 mbit schon heftig wie viel mbit habe ich wie viel mbit habe ich 20 du hast 20 das ist eigentlich relativ geil kann man alles damit machen eigentlich aber momentan ist bei mir relativ schlecht moment ja aber heute abend wird ja wieder gehen hoffentlich ich schon mal noch auch einfach ja wir nehmen jetzt nur diese runde hier auf deswegen reicht ja die runde stefan du schaffst das hoffentlich noch dann mache ich heute noch ein live stream dann werden wir heute eh noch ein bisschen spielen hoffentlich vielleicht stefan bist ja auch noch dabei ein bisschen weil du musst das früher aufstehen ja du musst das früher aufstehen schon fünf uhr oder so ja ja fünf uhr in der frühe muss ich aufstehen dann fahren wir zum bus und dann der sagt er fährt mit dem bus ich werde auch ein paar videos drehen ja immer so ein bisschen so warte mal warte mal du drehst ein video schickst mir das bei whatsapp ne ja ich schick dir das auf whatsapp warte mal soll ich das ich weiß nicht ob ich das wie ich das machen soll aber wollt ihr wollen die zuschauer das auch sehen oder darf ich das nicht so nee oder ich weiß ich lasse die zuschauer anschauen ja weil dann kannst du so filmen nein wir haben die runde gewonnen weil du ihn gekillt hast und ich bin einfach so runter gesprungen oder runter gefallen warum habe ich so ein kaka pink hex aber mein kaka pink kaka pink ok jetzt geht mein pink vielleicht wieder besser obwohl doch nicht jetzt leckt er mega rum gerade alter ich meine achte 400er pink ich habe diese diese love boots an war noch eine runde nach hinten ranhängen oder ich will auch spiel machen wir machen wir machen beenden wir jetzt einfach jeden fall das wieder dann beenden ja dann kommt nur noch auf lobby 1 sky wars und dann warte ich will auch kommen ja wirst auch kommen zum ende des videos ja ja wie 1 sky wars und dann falle ich gehe auf nur vips sichtbar hier falle hier bist du warte mal warte mal warte mal warte mal warte mal warte mal seht ihr mich hi ente quark ente quark hi ente quark ente quark meine lieben leute heute ja moritz die ente diese herzen sehen so geil aus ganz viel liebe sieht so witzig aus ich habe auch wenn ich habe auch andere schuhe ich kann das auch mal zeigen warte man ich habe hier noch die angry boots aber die sind einfach scheiße die liebe schuhe sind viel schöner meiner meinung ja also leute dann war es von diesem video wenn es gefallen leute gibt ein like und dann werde ich heute auf jeden fall wieder streamen am abend also ich weiß noch nicht wann ich denke mal so ja 20 uhr 21 uhr irgendwann so werde ich dann starten oder vielleicht 20 30 denke ich mal eher und ja dann beende ich das video und ja ich würde sagen dann sehen wir uns beim live stream und tschüss und